Betritt den Nullpunkt mit dieser neuen Fortnite Woche 13 Herausforderung, helfe ich dir in diesem Video. Wenn du es feierst, lass einen Daumen hoch, da kostet uns Abo und macht die Glocke an. Leute, wo ist der Nullpunkt? Wo finde ich den Nullpunkt in Fortnite? Was ist der Nullpunkt? Der Nullpunkt ist dieser Kreis hier in der Mitte der Karte. Da könnt ihr reinfliegen, ihr könnt das am besten natürlich machen in der Gruppenkeile, da fliegt der Bus nämlich immer in der Nähe des Nullpunkts lang. Das heißt, ihr kommt am einfachsten ran. Ihr müsst einfach euch reingleiten, ein bisschen lenken, ein bisschen bremsen. Benutzt einfach den Gleiter, bremst den ab, macht den wieder auf, damit ihr nicht vorbeifliegt und dann rein da. Und demnächst ist auch dann das Fortnite Live Event. Und guckt, das passiert, Leute, wenn ihr im Nullpunkt seid. Das ist... Oh, jetzt falle ich runter. Ja, und das war's, Leute. Das war die Aufgabe. Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch, da kostet uns Abo, macht die Glocke an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.